Florian Kling von der Soldatenvereinigung Darmstädter Signal setzt sich kritisch mit den Geschehnissen bei der Bundeswehr auseinander. Sie ist uns jetzt zugeschaltet aus Mannheim. Schönen guten Morgen dorthin. Guten Morgen. Sie haben vor zwei Jahren einen Brief an Ursula von der Leyen geschrieben, die Missstände angeprangert. Fühlen Sie sich jetzt bestätigt? Leider ja. Wir fühlen uns bestätigt in der Ursache, die wir schon damals festgestellt haben, die wir damals schon attestiert haben, nämlich ein Problem in der inneren Führung, ein Problem in der Umsetzung der inneren Führung und der politischen Bildung in der Truppe. Gestern ist ein weiterer verdächtiger Mann festgenommen worden. Jetzt sitzen drei Männer in Untersuchungshafte. Jetzt für die Soldaten gesprochen, sehen Sie da die Vorgesetzten in der Verantwortung? Das sind nicht nur die Vorgesetzten in der Verantwortung. Das fängt beim Verteidigungsministerium an. Dann kommen die Generäle, dann kommen die Vorgesetzten und dann kommt jeder einzelne Soldat. Genau das ist die Praxis der inneren Führung. Das heißt, wir haben Staatsbürger in Uniform und die müssen selbstverständlich nach links und rechts schauen und melden, wenn ihnen was auffällt im Kameradenkreis. Scheinbar passiert das zu wenig. Vielleicht in diesem Fall hat es nicht funktioniert. Ich kenne auch Fälle, wo es funktioniert hat. Und da müssen wir jetzt ran. Dann stimmt das ja, was die Verteidigungsministerin angeprangert hat, nämlich Führungsdefizite, weil die rechtsextremen Umtriebe des Franco A, die sind ja schon vor geraumer Zeit publik geworden. Er ist dazu sogar befragt worden. Ich würde nicht nur aus diesem Fall ein Führungsdefizit ableiten, vor allem nicht pauschal auf die ganze Bundeswehr. Aber wir haben ein Problem auch der Führung in der Bundeswehr. Uns fehlen die Soldaten mit Arsch in der Hose, die ihren Mann stehen, die als gutes Beispiel vorangehen, die politische Bildung betreiben und das fördern, wofür eigentlich die Bundeswehr steht und jeder einzelne Soldat, damit am Schluss die Bundeswehr nicht in diesen Generalverdacht gerät. Jetzt muss sich die Bundeswehr wehren gegen viele Vorwürfe. Was sind denn die Gründe für all diese Probleme, Ihrer Meinung nach? Eine Ursache ist sicherlich der Übergang von der Verteidigungsarmee zur Einsatzarmee. Seit einer Weile jetzt schon kämpfen deutsche Soldaten im Ausland, sterben deutsche Soldaten im Ausland. Und wenn sie nach Hause kommen, gibt es eine Gesellschaft, die sich dafür nicht interessiert. Das heißt, die Soldaten suchen irgendwie nach Sinn, nach sinnstiftendem Inhalt. Vielleicht, vielleicht zu oft suchen sie das dann auch in falscher Tradition, in Traditionalismus, in Dingen, die nicht von der inneren Führung und vom Traditionserlass der Bundeswehr gewünscht werden. Gestern war der Militärhistoriker Wolfson hier bei uns im Interview und der hat auch gesagt, Extremismus, das ist auch eine Folge davon, also Extremismus bei der Bundeswehr ist auch eine Folge davon, dass sich die Gesellschaft eigentlich mit der Bundeswehr nicht mehr richtig identifizieren kann. Teilen Sie seine Einschätzung? Ja, sicherlich. Das Problem haben wir schon lange. Das Problem haben wir, seit die Gesellschaft nicht mehr in die Bundeswehr reinkommt. Es gibt eben nicht alle, die in die Bundeswehr reinkommen. Und früher war es vielleicht noch eher möglich, dass auch die Kritischen, die Rebellen, die Linken, die Liberalen auch mal in die Bundeswehr gelangt sind, die vorher eigentlich schon in der Schublade wussten, Bundeswehr ist nichts für mich. Und jetzt kommen natürlich eher nur die, die von vornherein Karriere machen möchten. Und da sollte man dann lieber keine Fehler machen und vielleicht auch stromlinienförmig sein, um nach oben zu kommen. Führung basiert nicht nur, aber eben auch auf Vertrauen. Ist dieses Vertrauen nach den Statements der Verteidigungsministerin innerhalb der Truppe noch vorhanden oder ausreichend vorhanden? Das wage ich zu bezweifeln. Das ist ein großes Problem, das wir haben, wenn dieses Konzept der inneren Führung nicht verstanden wird. Das bedeutet nämlich auch, dass sie jedem einzelnen Soldaten Verantwortung übertragen. Das heißt nicht, dass dadurch nie wieder Probleme passieren und Fehler passieren in der Bundeswehr. Aber das Gesamtsystem ist in sich stabil und resilient gegen solche Angriffe von Rechtsextremisten und dann natürlich auch von außen, die der Bundeswehr sowas unterstellen möchten. Sagt Florian King. Vielen Dank nach Mannheim. Er ist bei der Soldatenvereinigung Darmstädter Signal, setzt sich kritisch mit den Geschehnissen in der Truppe auseinander. Und heute muss sich zu allem, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist, auch die Verteidigungsministerin vor dem Verteidigungsausschuss im Bundestag äußern. Eins müssen wir nochmal kurz klarstellen. Also im Moment sitzen drei Menschen in Haft, zwei Soldaten und ein Student. Über diese ganze Situation und Geschichte möchte ich jetzt sprechen mit Agnieszka Brugger. Sie ist Grünobfrau im Verteidigungsausschuss und ist jetzt kurz vor der Sondersitzung zu uns gekommen. Vielen Dank dafür und einen schönen guten Morgen. Sehr gerne. Guten Morgen. Was versprechen Sie sich denn von dieser Sitzung heute? Also wie weit kann Aufklärung heute überhaupt gelingen? Also das heute kann sicherlich nur ein weiterer Baustein sein, denn die Liste der Fragen, sie wird immer länger und länger. Und wir haben sehr viele Fragen an die Verteidigungsministerin. Ich meine, gestern gab es eine dritte Festnahme und es ist gleichzeitig auch öffentlich geworden, dass offensichtlich der MAD diesen Menschen schon auf dem Schirm hatte und dann aufgehört hat, hier weiter zu forschen. Und das ist sozusagen der nächste Riesenfehler, der hier passiert ist. Ursula von der Leyen sieht die Verantwortung bei der Führungsriege der Bundeswehr. Sie sagt, die habe Führungsschwäche und einen falschen Korbsgeist an den Tag gelegt. Teilen Sie diese Einschätzung? Also es gab eine Masterarbeit, die klar rechtsextremistisch war, die ignoriert worden ist. Eine große Menge an Munition ist verschwunden. Und jetzt hatte der MAD diesen Menschen auf dem Schirm und hat ihn wieder aus den Augen verloren und für unbedenklich erklärt. Also da ist eine Reihe von wirklich schlimmen, unverzeihlichen Fehlern passiert. Und all das ist natürlich auch in der Amtszeit von Ursula von der Leyen passiert. Und natürlich gab es immer Fragen nach Rechtsextremismus in der Bundeswehr, die abgewiegelt wurden. Und da kann die Ministerin sich nicht einfach so aus der Verantwortung stillen und die Schuld auf andere abschieben. Aber der Vorwurf, sie habe absichtlich und mit Vorsatz weggeschaut, würden sie soweit jetzt schon gehen? Also ich glaube, wir müssen wirklich erstmal viele offene Fragen klären. Eine davon ist eben, wie hat sie sich eigentlich mit diesem Thema beschäftigt? Warum hat sie nicht hier viel früher hingeschaut? Es gibt ja jährliche Berichte über rechtsextreme Vorfälle in der Bundeswehr. Und auch die Opposition, Linke und Grüne, hat immer wieder nachgefragt und immer wieder gesagt, ja, Islamismus, das ist eine Gefahr. Aber darüber darf man den Rechtsextremismus nicht aus den Augen verlieren. Machen Sie sich nicht dann doch auch ein bisschen zu einfach. Denn Ursula von der Leyen ist jetzt seit dreieinhalb Jahren im Amt. Sie sind selber seit acht Jahren im Ausschuss und sagen ja selber, Soldaten sind immer mal wieder und Beschwerden immer mal wieder an sie auch durchgedrungen. Also wieso wurde denn nicht schon viel früher gehandelt? Also das ist ja die entscheidende Frage. Ich erlebe immer wieder, dass Missstände gemeldet werden. Und gerade diejenigen, die Lösungen schaffen wollen und Abhilfe, diejenigen sind, die dann darunter zu leiden haben. Da ist was grundsätzlich falsch. Und das muss angegangen werden. Die Ministerin hat auch schon früher eine andere Fehler- und Führungskultur versprochen. Offensichtlich ist davon aber nicht viel zu sehen. Frage ich aber nochmal nach. Weghören, nicht wahrnehmen. Sie habe seit dreieinhalb Jahren Desinteresse an der inneren Führung gehabt. Die Vorwürfe kommen von Rainer Arnold, verteidigungspolitischer Sprecher, bei der SPD. Und man wundert sich ehrlich gesagt, warum jetzt plötzlich alle mit den Vorwürfen und den Anschuldigungen ums Eck kommen. Wir haben diese Fragen, sowohl den Rechtsextremismus als auch die innere Führung, als auch die falsche Fehlerkultur im Ausschuss immer wieder thematisiert, immer wieder diskutiert. Es gab immer, wie auch jetzt, irgendwie klare Statements. Aber man muss sich dann schon nach über drei Jahren fragen, was ist eigentlich davon übrig geblieben. Und da ist die Bilanz aus meiner Sicht keine gute. Und was müssten jetzt die Konsequenzen sein? Oder wenn Sie so viel Erfahrung haben und sich so gut auskennen mit diesen Vorwürfen, die seit langem auf dem Tisch liegen, Was muss die Bundeswehr denn jetzt tun, damit sie dieses Problem lösen kann, ernsthaft lösen? Also ich glaube, es gibt wirklich viele Maßnahmen. Für mich ist so etwas, was sich ganz besonders rauskristallisiert, dass offensichtlich etwas in den internen Meldeverfahren, in den internen Aufklärungsmechanismen bei der Bundeswehr nicht funktioniert. Da geht es um ein Mehrfach-Augen-Prinzip, beispielsweise bei solchen Vorfällen, wo das Verhältnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung infrage stellt. Und man muss aber auch eine ganz andere Kultur machen, dass die Leute nicht alle aus der Bundeswehr selbst heraus darüber klagen, dass diejenigen, die Probleme benennen, am Ende die sind, die leiden. Und diejenigen, die für die Probleme verantwortlich sind, diejenigen sind, die Karriere machen. Agnieszka Brugger, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute also vor der Ausschusssitzung noch zu uns gekommen sind. Wir sind gespannt. Auch wenn es eine nicht öffentliche Sitzung sein wird, werden wir sicherlich das ein oder andere dann morgen doch erfahren. Danke Ihnen. Danke.